hallo liebe sports freunde liebe fahrrad freunde heute spielen wir bei cycle rider simulatoren ich wollte eigentlich gamershop simulator aufnehmen weil das habe ich schon mal gespielt als wollte da noch eine folge aufnehmen aber dann ist mir aufgefallen dass es das mein spielstand weg ist oder nach dem ja nicht ist und gesehen oben rechts stand dann das bei cycle rider auch von denen ist und gleicher entwickler kommt dann spiele ich das jetzt drei euro oder so das spiel mit fahrrad und so und dann würde ich sagen ich mal rein und spiele es mit euch bin ich einstellung gegangen habe ich gesehen der rücken das heißt der rücken als zurück naja slow alter ultra ultra ich will ja die beste grafik will hier man jawohl so dann gehen wir mal drücken und dann gehen wir auf abspielen auswählen fahrräder auswählen ich kann nur eins auswählen okay the forest here we go so ich habe natürlich mein energy auch noch hier geht schon los oh alles geht schon los hier warte aber hä boah boah das ist ja richtig hier take me please boah okay boah das ist ja richtig action hier so weiter geht es hier zack 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 ja ja komm was ist denn jetzt hier los alter wieso fliege ich die ganze zeit hin komm los digga ich habe keinen bock mehr hä wieso geht denn das jetzt alter ich bin also wieso wird die kamera g die wechselt die ganze zeit irgendwie was spiele ich digga diese kamera g guck mal ich mach nix ich mach nix boah alter ey verwalterlo habt ihr das gesehen wie ich wie ich gehüpft bin und jetzt hier nochmal wow alter verwalter ich ride und ride jawoll zack 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 ja 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 das sind wir auch mit hier weil das sind alles punkte von denen ich mir noch ein geileres bike holen kann guck mal und warum wechselt der wieder die kamera weis wow was ist das denn jetzt oh ich dachte grad alles von vorne geh dann dann wär ich richtig explodiert alter was ist denn mit dir alter ist es ein kruppel oder was digga geh jetzt über diesen scheiß baumstamm so so weiter 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 leider sehr schön sehr gut machst du das schon eine riesengroße map hier muss ich schon sagen viele hindernisse schön idyllisch boah alter in den letzten moment bin ich noch hochgesprungen hä digga boah alter wie ich mit dem vorderrad so ganz knapp vorbeigefahren bin guck mal und der wechselt wieder die kamera das triggert mich so hart weiter gott weiter gott immer immer der sonne entgegen und nicht der kamera entgegen mein gott alter und nochmal hier hoch jawoll und das nehm ich mit da oben weil das hab ich mit meinem schlitz auge gesehen so weil ich ist gemütlich oder ruhig bisschen aus ganz ruhig und jetzt nochmal und jetzt nochmal mit vollgas zack alter ich bin in modus kimi chiki und cola ich bin im modus und wieder wechselt er die kamera warum wieso tust du das warum machst du das wieso wechselst du immer diese kamera aber ich muss schon sagen ich spiele halt spiele die keinen anderen kein anderer mensch spielt den in einen punkt scheiße und hier ist unser ziel drei erungschaften geil ok machen wir noch diese karte hier ricky blicky ricky blicky denn der rick hat einen blick da hängen sie in der luft ok ich will meine 4 euro wieder zurück es fängt schon wieder an ff dreht schon wieder diese kamera wo ich die nicht selber drehe boah jetzt ist aber hier richtig steilig jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen dass ich nicht hinfliege und mich dabei verletze boah ganz schön höh wo muss ich hin ja komm ab in den absturz hier tschüss jawoll jawoll wieder alles von vorne ich liebe es achtung hier links muss ich runter genau das habe ich gesehen das habe ich wieder gesehen weil ich habe halt aufgepasst ich passe halt so auch weisch was bruder was soll ich sagen bruder und diese diese dieses ich glaube da haben die entweder richtig lange gebraucht dafür eine stunde später ja ich liebe es wirklich geil es macht auch so spaß und dass er auch immer diese kamera nach hinten dreht obwohl ich nichts tue das ist auch so ein geiles game feature glaube ich ich glaube das haben die mit absicht eingebaut wo man sich denkt geil vorsichtig jawoll so ersten checkpoint habe ich ich glaube das sind immer checkpoints hier jetzt muss ich auch aufpassen jawoll langsam runter da ist wasser ich habe nur kurz diese diese wassergeräusche genossen so weiter geht es hier muss ich jetzt hier hoch oh mein gott sie haben ja oh mein gott er dreht wieder die kamera ja jetzt hier hoch und jetzt diesen punkt nehme ich mit oh der ist aber richtig knapp aber ich habe es noch was wäre ich runter geflogen und jetzt jawoll und hier drüber sehr schön sehr schön sehr schön und weiter geht es jetzt haben wir ein bisschen speed hier drauf da waren wieder punkte aber das ist mir scheißegal schneid mal raus ja und jetzt hier den berg hoch genau jetzt haben wir ein bisschen speed drauf und jetzt hier rüber und er fliegt hin obwohl er mit dem rad leicht hängen bleibt aber nein man stürzt direkt weil man hat direkt bein und kieferbruch direkt und jetzt nochmal jawoll warum fliegt er hin warum dicker der landet mit beiden rädern auf den beiden gleichen boden aber nein er fliegt trotzdem hin guck es euch an guck jetzt und jetzt land ich boah jetzt sieht man nicht es macht so spaß ja ich liebe solche spiele ich spiele sowas echt gerne und jetzt hier runter hier runter komm halt das maul ey wirklich man hat ja auch kein fahrrad zu hause ne man spielt so einen fahrrad simulator also jetzt mal ernst wo muss ich hin muss ich hin ich glaube nicht ich glaube das war falsch oh mein gott aller richtig sneaky hier ich bringe das noch zu ende hier boah was denn jetzt alter das ist boah da da hab ich ein bisschen herzrat dann jetzt boah jetzt kam ne ne sache boah die hab ich mit dieser situation muss ich erstmal klarkommen huh und wieder ein baum schlafen jawoll sehr schön mein ziel ist es jetzt boah ist der nicht mehr hinzufliegen sehr schön sehr schön und gas und gas jawoll das spiel ist geil ist geil also nach der aufnahme zog ich direkt weiter 37 spielstunden 37 spielstunden ich hab nicht mal einen und hab das game fast durch egal also wirklich 3,69 Euro ich ich beantrage das wieder ich will mein geld zurück ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wir sehen uns beim nächsten video und haut rein tschau tschau